Willkommen zu Folge 15 des Pokémon TCG Adventskalenders. Ich bin heute wieder da und öffne graunde Lichtfinsternis-Packs. Die letzten Folgen sind eher mau ausgefallen. Vielleicht kommt heute ja endlich der Brüller, auf den wir alle warten. Der Dezember und der Adventskalender somit auch neigen sich langsam dem Ende zu. Auch wenn natürlich der beste Tag Weihnachten wäre für sowas. Und die Chance ist da ja auch am höchsten, da dort einige Packs mehr kommen. Yeah, ein Schlüsselbund, uh, und ein Schwert. Die Pokémon der Generation sind echt toll. Und die Packs auch. Komm, heute ist wieder was Geiles dabei. Letztes Mal ich zwar ne Prisma, aber ging echt schon besser. Ein Knetspielfigur-Ding, ein Leufeo, ein Hund, Iskalaps, ja. Oh, das sieht ein bisschen, der Hintergrund sieht ein bisschen zu brutal für das Pokémon aus. Die Ultradimension sieht schon cool aus. Arranestro, hier haben wir auch gleich ne Bestie. Iguana. Und... Oh Gott, ey. Es gibt schon wieder nur noch ein Pack heute. Da muss was drinnen sein. Oh, nur eine Rare, Mann. Soll das etwa die nächste... die nächste enttäuschende Folge werden. Turmel, komm. Hier mit der Macht von nem komischen Käfer-Pokémon ziehe ich etwas, wo ich mich hier gucke. Drei, zwei, eins. Das funktioniert ja auch nie, oder? Hoffentlich nächstes Mal. Drei, zwei, eins. Untertitelung des ZDF, 2020